Genial, digital, das ist also, jetzt haben wir ja alle Sprachen schon fast durch, ich glaube Englisch, das ist in Bossa Nova Rhythmus geschrieben, deswegen habe ich da eine Strophe portugiesisch, oder das brasilianische portugiesische Rhythmus vorangestellt, damit ich da ein bisschen schön reinkomme mit dem Rhythmus, und dann geht es aber auch gleich los, wie er gewohnt, dass ich dann verständlich auf Deutsch das Lied weine mache, genial, digital. Das Lied, das Lied, das Lied, das ist auch nicht, Bei KI, Kebran, du, nur schau, ja, was machst du denn da? Du lachst und ich, ich schau dir zu von ganz nah, meine geniale, digitale Kamera hält deine ganze Schönheit fest für alle Zeit. Wenn du sie nur lässt, für eine ewige Zeit, was glaubst du, wie dich das später mal freut, ja, was machst du denn da? Hör jetzt bloß nicht auf, du bist grad so gut drauf, Verlier' nur nicht den Mut, es wär so schau'n. Du agierst so toll, deine Akkus, die sind voll, und auch die von meinem Fotoapparat, ja, was machst du denn da? Man kann es deutlich sehen, ich finde es schön, so viele Fotos von dir zu grafieren. Du beweg' dich hin und her, es ist gar nicht so schwer, anständig und anständig zu posieren, und wie du auch machst du denn da? Du lachst und ich, ich schau dir zu von ganz nah, meine geniale, digitale Kamera hält deine ganze Schönheit fest für alle Zeit. Und wenn du sie nur lässt, für alle Ewigkeit, was glaubst du, wie uns das später mal freut, ja, was machst du denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da?